Musik Hiermit dürfen wir Ihnen präsentieren einen fantastischen Gamsbuch aus der rumänischen Karpaten, aus dem Retesat-Gebirge, anscheinend einer der besten Trophäen, Gams-Trophäen, die in dieser Jagdsaison erlegt wurden. Eine Gams-Trophäe, die mit 119 Punkten bewertet worden ist, internationale CIC-Punkte, zehn Jahre alt ist und eine fantastische Trophäe ist. Dieser Gamsbuch wurde erlegt, jetzt in der Brunft 2010, von einem österreichischen langjährigen Jachkast von uns. Dieser Gamsbock hat hier eine Verletzung, die eigentlich niemand sich erklären kann. Es ist eine einzigartige Verletzung, auch sehr interessant. Ich weid man sein. ein paar Jahre alt ist, das dann in der Brunft 2010.